Bilder vom Lech. Warum zeige ich euch Bilder vom Lech? Naja es ist ja die Zeit des Osterspaziergangs und ich dachte mir, ich schicke euch jetzt einen Ostergruß und gehe mit euch gedanklich durch diese Lechlandschaft und einen kleinen Moment verbinden wir uns mit diesem Osterspaziergang und Bildern vom Lech. Hallo ich bin der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so, schön dass du da bist. Ja Lechbilder und gleichzeitig Tagesbilder, diese kleinformatigen Bilder, die habe ich mal eine gewisse Zeit gemalt aus einer bestimmten Lebenssituation heraus war das mal leichter für mich kleinformatik zu malen, ich habe mal sehr wenig Platz zu malen und ich wollte das auch mal ausprobieren, wie das ist, so jeden Tag ein Bild zu malen und ich habe da auch einen Blogartikel dazu geschrieben, der ist unten verlinkt. Diese Lechlandschaft ist so ungefähr 15 Minuten von hier entfernt, hier eins meiner ersten Tagesbilder und ich mag dieses Tagesbild so gern, weil es so die Zeit zeigt, warum ich da auch so gerne bin. Man sitzt einfach nur da unten, man liest oder man schaut auf das Wasser und wird innerlich ganz ruhig und das ist das, was mir hier so gefällt, also ich fahre gern Boot am Lech, ich liege aber auch gerne so an diesen Kiesstränden, also das hier sind die Kiesstrände des Leches, das hier ist eigentlich schon ein Lost Place, denn jetzt ist hier eine Brücke drüber und ich mag nicht unter einer Brücke liegen, ja. Also hier ist Sonnenuntergang am Lech, warum ist das so dunkel, denn wenn die Sonne hinter diesem Lechufer untergeht, also hinter diesen Bäumen, dann wird es mit einem Schlag hier unten ganz dunkel, hier zwischen den Bäumen kommen noch ein paar Sonnenstrahlen durch und das sind dann die Lichtstrahlen, die sich dann auf dem Wasser spiegeln, ja und das sind alles so kleine Impressionen zum Lech und zu Ostern und jetzt geht es hier zum Video. 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 zu den Lechbildern habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, der ist auch unten verlinkt, also genauso wie zu den Tagesbildern und hier zum Beispiel, das ist eine Zeichnung, die ich am Lech gezeichnet habe. Ich würde euch raten, also wenn ihr zum Beispiel so mit Osterspaziergang und Skizzenbuch bewaffnet, ins Freie geht und im Freien zeichnet, nehmt ein kleines dünnes Skizzenbuch und kein großes und kein dickes. Ihr müsst euch immer vorstellen, auf DIN A4 ist viel Platz, wenn ich keine Ahnung habe und deswegen sind die Kleinen da besser. Kleinformate machen einfach selten Stress, man kennt sich da meistens gut aus. Ich habe jetzt hier Bleistift genommen, du kannst nehmen, was du magst und die ganze Zeichnung gibt es eigentlich nur, weil ich diesen Lechkiesel so irrsinnig interessant fand. Vielen Dank fürs Reinschauen, nochmals ein frohes Osterfest und ich wünsche euch richtig schöne, ruhige Tage und dass euch der Osterhase ein paar tolle Sachen bringt. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, mach's gut und wir sehen uns. Adios.